Und damit eine wunderschöne und herzlich willkommen hier zu einem neuen Guide Video, Informations Video oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Es ist knappe vier Tage her, wo ich das letzte Video hochgeladen habe über das neue Patch mit dem neuen Charakter, neue Waffen, neuer Sarg etc. pp. Und jetzt ist es soweit. Vampire Survivors hat eine Roadmap veröffentlicht. Das gucken wir uns gleich an. Und pcgameshardware.de hat einen Bericht geteilt. Steemit Vampire Survivors, wie geht es mit dem 98% Spiel weiter? Ja, das ist ja Wahnsinn. Jeder von uns spielt es, jeder von uns liebt es und keiner von uns kann irgendwie mehr aufhören, das Game zu zocken, weil es einfach nur geil ist. Das kleine Indie-Spiel Vampire Survivors konnte in kurzer Zeit zu einem Steam-Hit mit 98% positiven Nutzer-Reviews arrangieren. Jetzt hat der Entwickler seine Roadmap bis zur Vollversion präsentiert. Das ist richtig nice. Wir lesen natürlich weiter, was da drin ist. Das Indie-Spiel Vampire Survivors ist ein kleiner, aber feiner Titel, der im letzten Dezember in den Steam Early Access veröffentlicht wurde und dort seitdem eine Zustimmung von satten 98% erreichen konnte. Das Spiel zeichnet sich durch seine Schlichtheit und die Suchtgefahr seines minimalistischen Survival-Gameplays aus. Auch der günstige Preis von nur 2,39€. Ja, 2,39€ weiß zugefallen, doch wie geht es nun bis zum Release mit Vampire Survivors weiter? Das ist die große Frage, die sich, glaube ich, jeder von uns stellt. Jeder von uns hat sich schon überlegt, ach Mensch, wie geil wäre es, wenn das kommen würde, wie geil wäre es, wenn das und wenn das und neue Charaktere und, 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 und. So, 2,39€ der Preis für das ganze Spiel, Leute. Mehr ist es nicht. 2,39€. Und, also, für den Preis, ja. Also, ich rechne persönlich immer so, für jeden Euro, den ich ins Spiel investiert habe, möchte ich gerne eine Stunde Spaß haben. Ja, das wären jetzt bei, na, 2,39 Stunden, bei 2,39€. Ich habe irgendwie 50, 60 Stunden in dem Game, vielleicht habt ihr auch schon mehr drinne garantiert. Ja, und der Preis lohnt sich absolut. So, via Entwicklertagebuch hat der Entwickler von Vampire Survivors ein Roadmap für die weitere Entwicklung bis zur fertigen Vollversion vorgestellt. Durch die große Beliebtheit des Titels hatte sich das Team dazu entschieden, das Spiel mit spielbaren Charakteren zu erweitern. Kennen wir alle, wir haben ja jetzt schon irgendwie gefühlt 6, 8 neue Charaktere gekriegt. Einer geiler als der andere. Zusätzlich kamen noch neue Levels sowie neue Waffen und Power-Ups hinzu. Als Schätzung wird angegeben, dass Vampire Survivors jetzt etwa zu 70% fertig sind. Das bedeutet, also wenn ihr mal überlegt, wie viel Content schon kam und wie viel Content noch kommen wird, wenn das Spiel jetzt gerade mal zu 70% fertig ist. Ja, da fehlen 30%. Das ist knapp ein Drittel von dem, also ja, man könnte jetzt sagen, 50% von dem, was wir jetzt haben, kommt nochmal. Also 33, 66, 99%. So, wir sind bei 70, es fehlen 30%, ja, also sind wir gerade circa 3,3% über zwei Drittel. Das heißt, es fehlen halt 30% zum dritten Drittel, das bedeutet, wir nehmen die Hälfte von den zwei Dritteln nochmal, ja, also nochmal ein Drittel und das kommt nochmal oben drauf. Also 50% von dem, was wir jetzt haben, kommt nochmal on top und das kriegen wir nochmal alles. Das ist der absolute Wahnsinn. So, hier. In der Zukunft sollen sogar zwei neue Gameplay-Mechaniken noch hinzukommen. Im April soll die erste Mechanik namens Arcana hinzugefügt werden, die neue und noch mächtigere Builds ermöglichen soll. Das, also, das bedeutet, haben wir denn anstatt sechs, sieben Plätze für Waffen und Support-Zauber oder vielleicht acht, neun, zehn, können wir viel mehr Waffen mitnehmen, um noch krankere Builds zu machen, wird es noch eine Gameplay-Mechanik geben, wo ein krasser Horden-Modus kommt. Also wir haben ja jetzt schon krass viele, ja, mit dem Squall, mit dem Totenschädel, aber also noch mehr. Des Weiteren wird überlegt, ob ein Endlosspiel-Modus als zweite neue Mechanik implementiert werden soll. Das ist, glaube ich, das, was die meisten von euch richtig freuen wird. Ja, keine 15 Minuten mehr, so wie auf der neuesten Map oder 30 Minuten auf den anderen Maps, sondern einfach ein Endloss-Modus. Wie lange können wir überleben? Das wäre natürlich richtig gut, zusammen mit der Arcana-Mechanik, die ja jetzt im April schon kommen soll. Also, das heißt, wir haben heute den 28.03. Der März ist fast rum. Ja, also, sagen wir, Leute, zwei Wochen. Zwei Wochen noch und dann haben wir vielleicht die Arcana. So. Ein, genau, ob ein Endlosspiel-Modus. Ein ursprünglich geplanter Story-Modus ist dabei aber noch nicht gänzlich vom Tisch. Also, sie hatten überlegt, am Anfang machen wir einen Story-Modus, machen wir keinen Story-Modus. Ja, weiß ich nicht, ob dieses Spiel jetzt unbedingt einen Story-Modus braucht. Für mich persönlich bräuchte es den jetzt nicht. Zu guter Letzt erklärt der Entwickler, dass die Arbeiten an einer neuen und schnelleren Game-Engine gut voranschreiten. Diese neue Version soll im Sommer erscheinen. So, bis Sommer erscheinen. Bisherige Speicherstände sollen dann auch weiterhin funktionieren. Mit der neuen Engine soll dann auch ein performanter Mobile-Port möglich werden. Also, wir kriegen eine neue Engine, also die Grafik. Ich weiß nicht, ob sie die Grafik überarbeiten, ob sie das halt alles ein bisschen schärfer machen, aber da könnte dann ein bisschen Nostalgie flöten gehen, würde ich jetzt persönlich sagen. Ja, wenn das so kommt. Aber lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. So, jetzt gehen wir zur Roadmap. Ja, also hier oben. Development Roadmap Overview. Das bedeutet, 24 Charaktere. Ja, 24 Charaktere. Ich muss das mal kurz. Ich mache das mal kurz hier. Ich minimiere mal alles. Alles und das kommt weg. Und wir starten, wir starten einfach. 24 Charaktere, Leute. Also, wir haben es gerade gesehen. 24 Charaktere. Zwei natürlich total unvorbereitet. Zählen wir durch. Wir haben hier vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Motacho ist vier. Das sind 16. Plus die beiden sind es 18. Die Frage ist, ob die beiden dazuzählen. Wenn die nicht dazuzählen, ja, dann sind wir gerade mal bei 16 Charaktere. Hier in der Roadmap sind 15. Ich weiß nicht, wieso. Drei mal vier sind zwölf. Plus drei. Welcher fehlt? Pugnalla und Pugnalla waren dabei. Hier. Und hier. 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 Die beiden. Ne. Quatsch. Hier. Ah, Pugnalla fehlt noch. Seht ihr? Also hier, Pugnalla fehlt noch. Ja. Und dann kommt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Einfach noch acht Charaktere. Das ist der Wahnsinn. Dann haben wir hier die Stages. Ja. Ja, stimmt. Neun sind es ja hier. Einen haben wir schon. Also noch acht. Stages fünf von zehn. Das bedeutet, das, was wir jetzt haben, bekommen wir noch nochmal. Ja. Wir bekommen noch drei Specialist Stages. Ja. Also hier normal. Das sind die normalen Stages. Ja. Drei von fünf. Und die Bonus Stages. Ja. Haben wir zwei von fünf. Das wird unten auch nochmal hier. Wird das nochmal erklärt. Normale Stages. Drei von fünf. Specialist Stages. Zwei von fünf. Powerups. 18 von 20. Wir kriegen noch zwei neue Powerups. Auch ganz gut. Weapons. And Evolutions. Leute. Das ist krank. Das ist kranker Shit. Ja. Ähm. Das Penta ist dabei. Die Pistels sind noch nicht dabei. Das bedeutet, wir müssen nochmal drei raufrechnen. Dann sind wir bei 35. Ja. 35 von 48. Das bedeutet, wir bekommen einfach noch 13 Waffen und Powerups. Also Evolves. Ob wir jetzt noch einen Evolv für den Rune Tracer bekommen oder für den Bone oder vielleicht sogar für die Sherry Bomb. Das ist erstmal dahingestellt. Ja. Aber wir bekommen auf jeden Fall noch etliche neue Waffen. Dann haben wir die Powerups. 18 von 20. Hat sich gesagt. Ähm. Na gut. Wir sind jetzt bei 19 von 20. Weil der Bun ist ja dabei. Also bekommen wir noch ein ganzes Powerup. Und dann, äh. Ja. Die Relics. Ne. New Gameplay Option. New Gameplay Option. Und New Gameplay Mechanic. Plus Arcanas, was sie ja schon angeteast haben. Hier rechts sehen wir es übrigens. Arcanas. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Coming in April. Lassen wir uns überraschen, Leute. Neueste Information. Danke, dass ihr eingeschalten habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. 10 Minuten, 11 Minuten. Quatscherei. Ja. Total geil. Aber der neueste Shit. Leute, merkt euch das, auf welchem Kanal ihr das gesehen habt. Liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Bock auf Vampire Survivors, Guide Videos, Gameplay oder auch News habt. Ja. Bleibt auf jeden Fall mit einem Abo am Start. Würde mich mega freuen und würde mir auch zeigen, dass ihr wirklich auch richtig Bock habt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zusehen. Bedanke mich ganz herzlich, dass ihr das so lange ausgehalten habt. Hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und sage bis dahin Tschüss.